Oh, ich hätte so Bock auf den Schwein, das ist gerade. Okay, Chat, wir spielen mal wieder South Park. Hey, Kevin aus Kreuzberg. Sorry, aber das Pokémon beim Spressen. Ja, weil ich Pro-Gamer bin. Ah, ein Bild. What's up? Ich kann das nicht mehr. Digga, wie sie lacht im Hintergrund, Alter, wirklich. Oh, oh. Kann er sich mal verpissen, Alter? Ich komme hier nicht durch, du Fettsack. Hä, Chat, ich brauche Hilfe. Ich bin zu dumm. Hä, ich komme hier nicht durch, Chat. Hä? Super Arbeit, Zeitkick. Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Was? Hä? Hä? Oh, shit, es geht los. So viel Zucker. Oh. Wo lang? Ich komme, Mann. Hier ist es. Hier werden wir die Frau finden. Welche Frau? Ey, Devin. Seit wann gibst du den Arbeitsort deiner Mutter in South Park? Was ist das, Bürger? Zu 20, 20. Oh, nee. Ui. Okay, Mann, ich gehe rein. So sieht es bei Roat aus auf dem Klo, Cap. Oh. Jetzt wird die Scheiße interessant. Rhythmus. Hey. Hey. Digga, wie verkrackt sieht es hier aus, Mann. Lol. Digger. Und ein doller geklaut, Mann. Was ist also deine Freundin, hä? Fuck, ist die geil, Mann. Genau. Wollen wir ins VIP-Zimmer gehen? Ich weiß, wie du bist ein bisschen klein. Ich stehe auf Kleine. Alter. Ich bin mit dem Sprachfehler. Yo. Wir haben jetzt Zeit für Leppens. Können wir da drin nicht einfach ein bisschen quatschen? Erst wird getanzt und dann quatschen wir. Yo. Yo. Können die Herren jemals einen Tanz von einer Lady mit Penis-Tattoo bekommen? Hey, wir sind nicht zum quatschen hier, Baby. Ja, ich sage gar nichts, bevor ich nicht ein bisschen Action im Schritt bekomme. Oh, na gut. Okay, Sidekick. Du weißt, was das bedeutet. Nein. 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 Ich tanze jetzt. Nein. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Oh, scheiße. Ja, wird der jetzt auch mal hart, Alter? Mein Gott. Oh, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Oh nein. Dafür zahle ich aber nicht. Furz ihn an, mach ihn K.O. Oh, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Scheiße, was soll das? Oh, oh. 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 Oh nein, hör auf. Lass uns doch lieber quatschen. Dance complete. Habt ihr mal mit einer Lady mit Penis-Tattoo getanzt? What the fuck? Wieso ist euch dieses Penis-Tattoo so wichtig? Ja, ja, Classy hieß die. Sie heißt Classy? Ja, Classy mit nem I und nem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem A ist S fickt. Natürlich. Deswegen das Tattoo. Wir haben den Namen. Ihr bleibt mal schön hier. Haha, ich bin keine gewöhnliche Stripperin. Ich bin Captain Diabetes. Was? Damit kommst du nicht davon, Captain Diabetes. Nein. Ich fighte jetzt nicht wirklich gegen die, oder? Mit zwei? Digga, was ist denn das für ein Song? Wenn ihr ordentlich Trinkgeld wollt, dann macht uns mal einen ordentlichen Ständer. Hallo? Let's go. Einer liegt. Digga, diese Musik, Mann. Let's go. Wie, was? Was? Ich soll ihn ein Wichsen? Alter, wie teuer. Aha. Aha. Alter. Wie soll man denn da raufkommen, da hin zu furzen? Ah, Gin Tonic geklaut. Oh Gott. Oh Gott. Furze. Ah, endlich hat jemand dem DJ einen Drink spendiert. Let's go. Ah, genau das hat der DJ jetzt gebraucht. Danke für. Oh, Mann, da hat einer meinen Drink gefurzt. Bin gleich wieder da. Trinkgeld nicht vergessen. Boah. Let's go. Okay, Leute, jetzt lasst mal ordentlich was hören. Und vergesst nicht, euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne geht es gleich heiß her. Applaus für Classy. Äh, genau, Leute. Auf die Bühne mit Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASF fickt. Applaus für Classy. Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran. Warte mal, du bist nicht der DJ. Das muss sie sein. Oh shit, das sind Undercover-Bullen. Digga, was ist eine Scheiße, dass ich sie hier sehen muss. Ist so crazy. Wurz, Kletz. Oh je, oh je, was ist denn hier los? Alter. Boah. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, verpisst uns. Ist das ein Typ? Ja, sag ich doch. Wo kommt er denn her? Ey, ey. Kann ich die jetzt mal ficken? Eine Wassermelone zwischen den Schenken. Äh, ey, ey. Wir müssen Classy einholen. Äh, ey. Oha. Oha. Äh. Äh. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was gleich passiert. Aufgepasst, meine Damen und Herren. Hier kommt die Meisterin der Mösen 40. Nein, nein. Nein. Der Endboss. Ei. Für diesen Hintern bist du nicht bereit. Ei. Ei. Mit meinen Arschbacken zerquetschen. Ei. Der Hintern will Blut sehen, Baby. Ei. Ich kriege gar kein Damage. Die hat alle mit... Ey. Schnapp sie dir, Chantal. Ey. Wie OP ist sie denn? Du bist toll. Nein. Ich muss jetzt nicht von vorne kämpfen. Ey, Digga. Seit heute Mittag gucken die diesen Stream. Ich will jetzt wissen, was das ist. Wie heißen die? Alles Essig. Alles Essig brauche ich gar nicht aufmachen, sagt sie. Nein, ich warte in einer Stunde. Ist das jetzt so lustig? Alter. Digga, das gibt ihr euch den ganzen Tag. Digga, das ist wirklich RTL2 auf Twitch. Digga, die kriegen die ganze Zeit nur Essig zugeschickt. Hä? Fortnite. Fortnite, sagt sie. Fortnite. Das ist alles Essig. Das ist das fünfte Paket Essig. Echt jetzt? Sie hat davon schon fünf Pakete. Das sind alles Essig-Pakete denn? Es ist wieder Essig. Das sechste Paket. Es ist Essig. Das sechste Paket Essig. Geil. Und sie sieht schon sehr sauer aus. Ja, verstehe ich nicht. Beim zweiten Paket hat sie sich noch bedankt. Jetzt nicht mehr. Stimmt, das Danke fehlt gerade. Jetzt nicht mehr. Aber Sebastian erinnert mich ein bisschen an Tass aus. Oha, oha, was ist jetzt passiert? Jetzt ist komplett Chaos. Gerade nochmal alles gut gegangen. Nichts kaputt. Ich glaube, sie ist ein bisschen sauer. Die anderen haben mich nicht aufgebreitet. Wie ihr seht, die ist hier. Kannst du gucken, da? Da ist Sebastian im Hintergrund. Ja, ich bin ja da. Da ist Sebastian. So, die anderen ist alles Essig, was jetzt heute gekommen ist. Sebastian slottet auf dem Hintergrund ein bisschen. Also, er slottet dahin. Er steckt tatsächlich. Hier steht er noch in der Roten Runde. Ich kann schon nicht hören. Sebastian ist nicht die Regie, sondern Uwe ist hier. Oh mein Gott, Alter. So, das muss ich mal nach Hause bringen. Wir haben auch schon gefragt, ob er Gitarre spielen kann. Wollte er nicht. Lass dich nicht, Erwürgenlicher. Da ist die LED-Kugel. Sebastian hat die gerade aufgebaut. Er hat sich das angeguckt, hat seine Brille aufgesetzt und jetzt hat er es wahrscheinlich hinbekommen. Er experimentiert noch ein bisschen rum. Als ob er die jetzt einpackt. Hat nicht geklappt anscheinend. Zerwennlich. Bis zum nächsten Mal.